Ich habe in ScubaJet investiert, weil es eine einzigartige Technologie aus Österreich ist, wo ich überzeugt bin, dass wir weltweit Erfolg haben werden. Das ist eine Weltneuheit, die wurde bei 2 Minuten 2 Millionen präsentiert. Ich habe sofort zugeschlagen, ich bin begeistert von dem Produkt. ScubaJet hat enormes Wachstumspotenzial. ScubaJet ist einsetzbar in vielen Märkten, sei es beim Tauchen, sei es beim Stand-Up-Paddles oder überhaupt im Freizeitbereich, wo man einen Antrieb für Kajaks oder Kanus oder Schlauchboote sucht. Also ScubaJet kann überall angewendet werden, bei jeder Wassersportart. Und da ist ein Riesenpotenzial nicht nur in Österreich oder Deutschland, sondern weltweit. Ja, natürlich werde ich den ScubaJet selbst verwenden. Ich freue mich schon darauf. Ich bin begeisterter Sporttaucher. Ab jetzt wird es keinen Tauchgang mehr ohne ScubaJet geben. Und dieses kleine feine Ding wird meine Kinder erfreuen, die im Pool herumspielen. Also ab jetzt ist ScubaJet auf jeder Reise dabei.